hallo youtube ich wollte mal meinen platz vorstellen wo ich immer bei twitch streamer da ist die kontrolle immer drauf auf den laptop wo ich sehen kann dass ich dann noch auf den streamen bin und da kann ich auch den chat dann lesen und dann habe ich die zwei bildschirme wo ich dann musikprogramm auf habe und mein streaming programm also obs und das ist der streaming pc und das ist ein rizzen 3 3200 g und der ist einwandfrei das ist mein party nicht kann ich vielleicht auch noch nachher noch mal einschalten warte mal ich schalte mal ein dann sieht man das genau brauche ich nur reinstecken strom und ja funktioniert tade los ja das ist meine streaming ecke mit dem monitor laptop streaming rechner dann das mikrofon ist ein studio mikrofon was sehr gut ist und ein bisschen hardware das ist die kamera wo ich dann hier so stehen tue und ein bisschen mich bewege ein bisschen tanze dafür ist die kamera zuständig und wenn ich sitzen tue habe ich hier noch eine kamera das sind die sachen die ich habe mehr besitze ich ja nicht und mehr braucht man auch nicht zum streamen reicht nur ein guter pc zwei monitore das wird dann auch noch ein bisschen was anderes machen kannst und ja das war es eigentlich lasst gerne einen daumen da und schreibt unten in der beschreibung dann was rein in den kommentare meinte ich und ich sage mal bis zum nächsten video